Wo sind wir jetzt eigentlich? Ach, hier hinten irgendwo. Und da müssen wir jetzt eine neue gekriegt haben, richtig? Kurz schauen. Ups. Nee, ich sehe sie noch nicht. Hier sind jetzt die beiden von Michael. Irgendwo außen? Nee. Oder die ist nicht so gleich zu sehen, weil die hinter einer anderen ist oder so. Er hat doch gesagt, er wartet auf mich irgendwo. Oder er wird mich dann anrufen oder so. Also, das wird es wahrscheinlich sein. Die rufen mich einmal an wegen neuen Missionen. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt doch mal wieder eine Franklin-Mission. Das heißt, hier hin. Wenn wir jetzt schon mal ein Motorrad haben, versuchen wir mal wieder nicht zu crashen, was dann kurz vor Schluss wieder ein Crash führen wird, der uns 5000 kostet. Aber mal gucken. Haben wir jetzt Geld gekriegt für die Mission eigentlich? Oder kriegen wir überhaupt Missionsbelohnungsgeld? oder sowas? Weiß ich gar nicht. Uah. Uah. Sieht gut aus. Uah. Rote Ampeln. Einfach rüber. Uah. Am Anfang sieht es immer so toll aus, wenn ich hier mitfahre. Aber dann kurz vor Schluss crasht es mich irgendwo. Uah. Falsche Taste. Wie gesagt, alle zwei folgen ungefähr. Könnt ihr damit rechnen. Ich lasse den Helm noch an. Bitte nicht absetzen. Der hilft dir beim Überleben. Lässt du den... Nein, jetzt macht er den ab und jetzt setzt er sich aufs Motorrad, ne? Ist klar, ne? Was war denn das für ein Motorrad? War das ein anderes oder das gleiche? Sieht ziemlich anders aus. Ne, nicht unbedingt. Ich habe meinen Helm aufgesetzt. Super, jetzt kann man weiterfahren. Das war es wert. Die Katze. Ich wusste gar nicht, dass er so weit weg ist. Stimmt, war es ziemlich weit weg. Aber ich dachte, es sei erst auf der Karte so aus, so wären wir schon weitergekommen. So. Aber jetzt ist es wohl nicht mehr so weit. Außer das täuscht wieder mit dem Symbol, dass es direkt dort dran ist. Ich will ja durch. Shred the needle und so. Hier so lang? Okay. Ja, jetzt sind wir gleich da. Dann geht's ja. Komm, hier hauen wir einfach rüber über den Bordstein. Na, hier nicht unbedingt. Roter Bordstein ist mir zu gefährlich. Alleine, weil er rot ist. Falsche. Ich muss noch weiter. Hier. Hier steht mein Auto. Was ist hier drin? Hier steht auch mein Motorrad. Nee, ist es das? Nee, ist ein anderes. Wieso steht hier ein anderes Motorrad? So. Das ist aber nicht das, was ich gekauft habe. Meins war ja gelb. Heim mit Absicht so gemalt, bemalt. Bemalen lassen. Jetzt hat er einen Helm hier auf den Boden geschmissen. Kann man den irgendwie rumkicken? Nee. Schade. So, schauen wir uns mal, was die Mission jetzt sagt. Das ist das, was der Po-Boys lieb. Aber du weißt, was? Es wird ein bisschen viel sein. Ich habe keine Ahnung, wie du copest. Of course ich cope. Ich bin eine Frau. Das ist das, was die Wahrheit ist. Aber, Frau, ich habe alles getan. Aber du weißt, wie die Boys sind? Schreinschleichen. Damit will er nichts zu tun haben. Ja, aber wirklich. Jetzt gehen wir mit dem Hund hier lang. Ah, interessant. Und den Chop sollte ich irgendwie steuern können, aber ich weiß nicht wie. Ich habe es nicht gelesen. Beziehungsweise wollte ich eigentlich die Geschichte mitkriegen. Wer GTA San Andreas gespielt hat? Oder bei City? Nee, ich glaube es ist San Andreas. Da hat man auch OG irgendwie. Irgendeinen OG-Look oder so. Irgend so einen Rapper. Ich kann nicht sprinten. Ich kann nur normal laufen. Uh, jetzt kann ich schnell. Was, ich soll ins Auto? Ich steige in den Lieferwagen. Okay. Warte auf Lamar. Geh in den Van, Chop. Geh in den Van. Gut. Da ist der Hund. Das ist auch cool gemacht. Also, ich meine, er sieht ein bisschen so eingeschnitten aus. Und man sieht, dass er, glaube ich, einen echten Hund irgendwie aufgenommen haben. Oder zumindest so angepasst haben. Aber es ist schon cool gemacht, so gesehen. Mit dem Hund. Kann man schon sagen. Das ist ein Hund, Mann. Das ist ein Hund, Mann. Ich und Chop haben viel in Beziehung. Du bist ein Hund. Mann, ich steig auf beide. Das ist ein Hund, Mann. Schau mal, ich habe ihn. Mann, du schraubst das, Mann. Du hast gesehen, Tanisha? Sie ist straight. Es ist mir und du, du bist nicht straight, Mann, Mann. Hund, ich weiß, Mann. Aber ich habe diese Kontakt, diese White-Dule. Real serious-Dule, Mann. Diese Motherfucker weiß die Straße, Mann. Ich weiß, er wird ein guter Huck-Up für uns. Wir brauchen keine Huck-Up-Full. Ich weiß diese Straße. Du? Nein, diese Strecke. All du weißt, ist Dimebag hustling, Kreditkarte zu stehlen. Busten Gas-Tanker, Homie? Komm schon, Mann. Wollt ihr versuchen, irgendein fucking Comodity-Trader oder was? Före, das Scheiß mit dir, Mann. Schau, Homie, ich will nicht mehr sterben, du fühlst mich? Aber ich will nur sterben mit etwas, was wichtig ist, Homie. Das ist, was foreign Gangster wirklich über sein soll. Und ich weiß, dass es so viel ist, die Möge auf die Flüge... O.G.s haben wir noch einen Hund hier hinten drin, kannst du mich auch nicht so anfahren. O.G.s, Dean. Wollt ihr, was ich sage? Das ist kein motherfucking Pyramid-Skame. Warte, warte, hör auf, hör auf deinen Buben mal eine Minute. Hör auf deinen Buben, du willst ein paar Papier, mein n***a? Das ist, was es geht, guck mal, ich spreche über 40.000. Kein Problem, Cash in der Hand, zwei Tage Zeit, keine... Ich habe noch 450.000, brauche ich nicht 40.000. Ich habe nur noch einen anderen Beef mit den fucking Ballern, n***a. Das ist Klapp. Das tat dem Hund bestimmt auch nicht gut. Geht's dir gut? Dir geht's gut. So, da oben scheint es schon zu sein, na gut. Ja, aber echt mal. Ja, ja, du weißt, worauf es ankommt. So, wo müssen wir jetzt hin? Der hat auch das beste Auto ever. Hier geht er jetzt bestimmt irgendwas schief, oder? Ja, ja. Haben Sie noch eine Waffe? Und, OG, so what? So the fuck what, n***a? Es ist ein Millionen OGs. Well, shit, how about I put one of these little ex-pills up your ass? Correct. Next thing you know, you're gonna be begging for it, bobo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass with the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shit the hell up, bitch. Fuck you, n***a. Man, fuck you all. I ain't there a law against you, Mark-ass-Gaise-Insignia-Mass-Ware-Moderfuckers. Oh, so what's up now, n***a? You snitching or something, n***a? Oh, shit. Fuck you, n***a. I'm out of here. Oh, je. Come on, let's go. Ich soll jetzt nicht wirklich mit dem Lieferwagen nen... Motorrad... ...folgen. Na, das wird erst ein Spaß. Wir sehen, was er driving. Man, wir in der Van, motherfucker. Wir fucken. Genau, was ich gerade gesagt habe. Fahr einfach. Ja, ja, nee, ist klar. Das wird wunderbar klappen. Hinten, ja. Gut, die Autos gehen gerade von der Kreuzungsproblematik hier. Da ist er. Na gut, bergrunter geht's wiederum. Ich muss vorsichtig sein. Vor allem hier. Wow. Ordentlich gerade halten. Immer kurz die Fähigkeit nutzen, zum wieder stabilisieren das Auto. Wow. Die Kurve hätte ich ohne die Fähigkeit definitiv nicht gekriegt. Wo will er jetzt lang? Rechts lang. Okay. Dann zieh mal hinterher rechts lang. Ja. Lieferwagen gegen Motorrad. Instant das Beste, was passieren kann. Soll ich den jetzt runterkicken vom Motorrad? Weil so kriege ich ihn, glaube ich. Ne, der bleibt immer vor mir. Das heißt, es ist jetzt so gemacht, dass er automatisch immer vor mir bleibt. Okay. Das aber mindestens, äh, Abstand hat. Komme ich hier durch? Äh. Die haben wir gerade überfahren. Wo ist das Motorrad? Der Punkt ist noch da vorne, aber ich sehe ihn. Ach, der hat irgendwas angefahren. Oh, shit. Mann, mach Chop, geh' den Mann! Du sitzt einfach in deinem Arsch da, mit deinen Fähigkeiten gekriegt. Geh' Chop, komm, geh' deinen Arsch. Geh' deinen Arsch. Äh. Sollte ich den schießen? Nee, schießen, der soll ja nicht sterben. Wir wollen den einen führen, richtig? Mit Schiff renne ich doch schneller, oder? Ich komme mir so langsam vor. Aber Hund ist schnell genug, schau mal. Ach, falsch. Leertaste. So, der ist hier lang. Hier lang. Okay. Mit Leertaste komme ich über die Motorhaube hinweg. Okay, jetzt kommt der Hund wieder hinterher. Eine höhere Ausdauer ermöglicht dir, länger zu sprinten. Anhand des Hundes weiß ich immer, wo er ist. Ich muss nur aufpassen, wenn jetzt ein Zug kommt, dass ich nicht überrollt werde. Aber hier ist ja eh Ende, das heißt, da geht das. Und der springt jetzt auf den Zug, oder was? Das ist jetzt ganz schlecht. Okay, der Hund soll ihn jetzt finden. Wechsel Shop, um alles aus seiner Perspektive zu sehen. Ne, damit ging das nicht. Wie ging das nochmal? Er ist nicht in einer dieser Boxkarte. Da geht's. So, jetzt soll ich den Güterwagen durchsuchen, oder was? Wo ist er denn? Schau mal, Bruder! Irgendwo hier in einem der Güterwagen soll er wohl sein. Komm, riech das schweig, Bruder! Aber der Hund würde sich ja hier dran schnüffeln, wenn er hier drin wäre, oder? Nee, ist ja nicht drin. Gut, Hund ist schon weiter gerannt. Dann gehen wir mal hinterher. Da hinten sind noch... Ah! Hier hinten sind noch Güterwaggons. Hier komme ich noch nicht rein. Du sagst, hier drin ist er. Moment, der ist da hinten? Oh, Mann! Das ist nicht, was wir nachher. Drücke E, um Shop zurückzurufen. Shop, nein! Sag mal! Nein! Das ist... Das ist... Komm, Shop! Geh weg, Mann! Wir haben was zu tun. Ha, 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 ha! Der Hund ist super! Komm, Shop! Sag mal! Komm, wir haben da jemanden zu... Oh, kann ich nicht ohne den Hund hier reingucken in die Waggons? Komm schon, Shop! Wie lange braucht der denn? Geh weg, Shop! Du schuldig, Mann! Wieso hört er nicht? Warte mal, ähm... Ich kann auch so wechseln, ne? Oh, Respekt für deinen Enthusiasme, Hump! Ich wollte jetzt eigentlich nicht da gucken. Ich wollte ihn eigentlich steuern. Was soll ich denn machen? Na ja, gut. So, dann gehen wir jetzt halt hier die alle Türen durch. Du schuldig! Oh, Shit! Hm, 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 hm! Ja! Wo ist der andere Hund hin? Yeah! Hammer ihn! Oh, heul doch gleich! Oh, Shit! What the fuck, Mann! I ain't got no beat for the CGF! Cause maybe we doing our own thing! What the fuck, Mann! What the fuck, man? What the fuck, man, punk? Shit! Hey, Lamar Davis, is that you, Nigga? Nigga, shut the fuck up, just get here! Yeah, that's you, Nigga! Ha, ha, der hat ihn erkannt. Hey, man, what the fuck? Get this fucking dog away from me! Ha, 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 ha! Schau mir den Hund weg! Ha, ha, ha! Der hat Angst. Hey, if you don't train, Chop, you gonna be a lost cause like you, dog. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Das war sehr bizar, den Hund so zu sehen. Ha, ha, ha! Also dann auch seinen Augen. Ha, 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 ha! Shut up, man! You ain't recognized me! I knew it was you before you took that flag off! You always been dumb, Lamar! Really? Well, I guess that means we don't have to shoot your ass when we pick up our... Oh, damn! That's when we pick up our folie stacks! You ain't gonna pick up shit! Fast up beyond you before you can even move, nigga! Be quiet, I gotta make a call. Mm-hmm. I'm gonna call them now. We got your water! You callin' them on the cell phone, you dumb motherfucker! They gonna trace this shit in a second! We won't vote it thousand! It's pay me or pay the funeral director, motherfucker! What the fuck you... Oh, je! Dann will we gleich sonst so was hinter uns herhaben. Done done! You just gave them a location. Now we gotta let this motherfucker out of here! Hello! Oh, damn! Oh, damn! Hey, buddy! Get the fuck out of here! And nigga, give me that damn phone! What the fuck? Fuck you! I'll be seeing you all soon! The only reason you've been seeing shit, cause we went easy on your ass. Remember that dog? Damn bitchy! This is bullshit! Take me down and cut! Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting us paid. What? What? That was a good phone. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. They're gonna be on you now. The cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sisel. No the fuck you kids ain't. Absolut mystic. But then? Verbesserte Reflexe. Was heißt denn das? Kumpel ist nicht und nicht ein Kratzer. Naja, gut. Das können wir bei mir vergessen. Das können wir mal ganz schnell vergessen. Da ist ein T-Frage-Zeichen. Was heißt denn das jetzt? Ach, falsche Taste. Was heißt T-Frage-Zeichen? Tonja. Hieß nicht Tanja? Tonja. Na gut. Das ist halt eine Tonne namens Ja. Äh, Tonja. Gut. Dann würde ich aber für heute erstmal die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.